Und C-Watch, Jugendrettet, es waren die einzigen beiden, bei denen ich geworben habe. Es gab damals auch schon CI. Und ja, Jugendrettet hat den Zuschlag gewonnen und haben mich genommen. Und so bin ich dann eben im November 2016 das erste Mal aufs Mittelmeer gefahren, zu meiner ersten Mission. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, sonst komme ich nie zum Schnaps trinken. Ich habe was Kleines vorbereitet, weil ich dachte, wir sind Assis unter uns. Und häufig kommt am Ende eines Interviews oder eines Vortrags die Frage, wie kommt ihr eigentlich damit klar, was ihr so erlebt da draußen oder überhaupt. Und ich dachte, ich verbildliche das Ganze mal und habe deswegen in diesen Karton Trümmerling mitgebracht und mir ein paar Gründe aufgeschrieben, weswegen man einen trinken sollte oder weswegen ich gerne mal einen trinke. Und damit fange ich jetzt an. Das wird dann immer wieder in diesem Interview passieren. Der erste geht auf die 26-jährige Frau, die sich gestern im griechischen Flüchtlingslager angezündet hat und ihre beiden Kinder, weil sie erfahren hat, dass sie nicht nach Deutschland fahren darf oder weiter transferiert wird und sich so hoffnungslos gefühlt hat in diesem griechischen Flüchtlingslager, dass sie beschlossen hat, sie zündet sich und ihre zwei Kinder an. Eine Frau, die im 8. Monat schwanger war, der ist für sie. Und ich trinke gleich noch ein, weil die griechischen Behörden so geil sind und sie wegen Brandstiftung angezeigt haben. Jetzt hast du mir komplett die Luft rausgenommen. Das tut mir leid, dann trinke ich noch ein Schlaf. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Deine erste Fahrt. Als was bist du gefahren? Ich habe mich traditionell hochgearbeitet auf NGO-Schiffe. Früher waren die NGO-Schiffe alle als Sportbote angemeldet. Das heißt, es hat gereicht, einen Sportbote-Führerschein zu haben und du durftest als Kapitän losfahren, was ich später auch durfte. Mit was für ein Patent sind wir immer so nautisch? Sportbote-Führerschein. Sportbote-Führerschein. Sie reichte damals für die meisten NGO-Schiffe. Inzwischen haben die meisten europäischen Länder, vor allem Holland und Deutschland, die Gesetze insofern geändert, dass NGO-Schiffe nicht mehr als Sportbote auslaufen dürfen, extra für die NGOs, damit sie es nicht mehr so leicht haben, Leute zu besorgen, die mitfahren können. Und deswegen sind inzwischen die meisten NGO-Schiffe, oder alle, ich glaube inzwischen alle, keine Sportbote mehr, sondern eben offizielle Seeschiffe. Das heißt, man braucht ganz andere Zertifikate und Patente. Damals, wie gesagt, war es nicht so. Und deswegen konnte ich mit meinem Sportbote-Führerscheinsee eben gleich bei meiner ersten Mission auch als, wie haben wir es genannt, zweiter Offizier, zweiter Steuermann. Na ja, also auf so einem Schiff sind so drei, vier Leute für die Brücke zuständig. Also so ein Schiff ist 24 Stunden durchgehend unterwegs und damit eben immer jemand auf der Brücke ist. Es gibt dann drei, vier Leute, die dafür zuständig sind, die dann immer, was weiß ich, wir haben auf der Juventa immer vier Stunden Dienst, acht Stunden Freigart. Genau, und dann war ich eben auf der Brücke meistens und habe auf der Brücke gewogen. Ja, zweiter Steuermann, das war meine auch. Wie ist so ein Team gesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ja, NGO ist ja ein sehr weiter Begriff und ich könnte mir auch vorstellen, dass du jetzt nicht der typische Mensch bist, der auf so einem Boot mit so einer Mission unterwegs ist. Also ganz verallgemeinert, vereinfacht gesagt, das ist natürlich bei jeder NGO, bei jedem Schiff anders, je nachdem wie groß das Schiff ist, aber vereinfacht gesagt, die Situation jetzt ist eben für die NGOs, die brauchen Leute eine Mindestbesatzung mit offiziellen Seepatenten, also offizielle Machinisten, die eben was mit Seefahrt gelernt haben, offizielle Leute auf der Brücke, ja wie gesagt, früher hat das gereicht, im Endeffekt ganz simpel gesagt, es hat früher gereicht, ein Mensch hat einen Sportbootführerschein See am Port, das ist der Kapitän oder die Kapitänin und alle anderen sind Freiwillige, die oft Qualifikationen haben, die mehr als ausreichend sind und natürlich auch das Herz am rechten Fleck haben, aber man muss halt nichts Offizielles haben. Jetzt ist es so, dass eben fast alle NGOs Leute besorgen müssen, die offizielle Kurse besucht haben, offizielle Ausbildung haben, Zertifikate haben, das ist eben dann so eine Mindestbesatzung, das sind ein paar Leute auf der Brücke, ein paar Leute im Maschinenraum, ein paar Leute am Deck und dann gibt es eben noch immer eine medizinische Crew, eine Crew, die die RIPs fährt, also die schnellen kleinen Einsatzboote, die zu den Schlauchbooten hinfahren, um Rettungsmessen zu verteilen und eben ja so ein paar Leute an Deck und ja, immer je nachdem wie groß der Schiff ist, zwischen 15 und 25 Leute an Bord. Ich meine jetzt weniger jobmäßig, sondern so ländermäßig oder auch so was politische Backgrounds angeht, das ist ja wahrscheinlich ziemlich ein Kesselbuntes, um es mal so zu sagen, oder? Ja, da gibt es tatsächlich alles, also da gibt es radikale Linke, die auf so eine Boote gehen, da gibt es Wagenplatzbewohnerinnen, da gibt es Chefärzte von großen Krankenhäusern oder Chefärztinnen. Also es gibt einfach natürlich, oder was heißt natürlich, ist es leider nicht natürlich, aber zum Glück gibt es ein relativ breites Spektrum an Menschen, die sagen, es ist scheiße, dass Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken und dass sich niemand darum kümmert, dass es weniger sind und auf solche Boote steigen oder auf solche Schiffe steigen, freiwillig und engagiert. Und genau, man trifft da tatsächlich alles, was ich sagen kann, um einen meiner Kollegen zu zitieren, selbst wenn die Leute nur als Humanisten auf so ein Boot raufgehen, kommen sie eigentlich als politische Menschen wieder, weil wenn man da unten ist und das direkt vor den Augen hat, also selbst wenn man da hingeht als Humanist und einfach nur nicht will, dass die Leute ertrinken, sieht man da unten halt, wird es einem irgendwie bewusster, dass das eben nicht ein Unfall ist, keine Naturkatastrophe, weswegen die Leute auf diesen Booten sind, sondern das ist von Europa gewollt, dass sich die Menschen lieber in Lebensgefahr begeben oder ertrinken, als dass sie nach Europa kommen. Und deswegen gehen die meisten Leute, also die meisten Leute, die auf so einem Boot waren, auf so einem Schiff, kommen doch sehr politisch wieder, glaube ich, hoffe ich. Du musst es wissen, was du schon... Heißt nichts. Okay. Ich würde noch mal kurz einen Schnaps trinken auf das sechsjährige Mädchen, was gestern in einem griechischen Flüchtlingslager verbrannt ist, bei einem Feuer, einem der vielen Feuer in den letzten Monaten in griechischen Flüchtlingslagern. Gestern ist ein sechsjähriges Mädchen verbrannt, der ist auch sie. So wird es weitergehen. Ja, ja, du hast es ja vorher gesagt, es ist... Die Welt ist scheiße. Ich glaube, das ist eins der wenigen Sachen, wo wir sofort einig sind. Okay. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich so eine doch eine ziemlich breite Mischung habe von, ich sag mal so, von Humanisten slash Christen bis zu seriösen Linksradikalen, wie laufen da so Diskussionen ab? Gibt es die, finden die statt? Selbstverständlich gibt es Diskussionen. Also es gibt es. Also ich kann natürlich nur von den Sachen reden, die ich erlebt habe, wo ich dabei war. Aber also sozusagen im Hintergrund gibt es natürlich immer Diskussionen. Weil Sea-Watch ist inzwischen eine riesige, das hat da einfach eine riesige Organisation. Das ist immer noch jung. Wenn man das mal sich überlegt, Sea-Watch hat sich 2015 gegründet, irgendwie eine, also NGO-mäßig oder gruppenmäßig immer noch eigentlich jung, im Gegensatz zu sowas wie Camp Anamur oder Erz und Gänzen oder sonst was. Aber natürlich gibt es ständig über alles Diskussionen. Angefangen über, muss man ein Sea-Watch-Shirt tragen, wenn man auf der Sea-Watch ist oder nicht? Oder was gibt es zu essen? Aber auch, was ist das politische Standing? Es gibt, es wird zu viel, also aber das ist glaube ich vor allem, okay. Ich habe schon, ich habe erst drei getrunken und ich sage jetzt schon, das ist ein typisches Problem der Deutschen Linken, dass zu viel diskutiert wird. Okay, das hatte ich noch später erwartet. Ja, ich auch. Ich auch. Nein, natürlich, es wird viel diskutiert, weil das sind alles keine, fast alles, keine hierarchischen Gruppen, wo einfach es gibt nicht den Führer oder die Führerin, die bestimmt, wie es in dieser Gruppe läuft, sondern es wird einfach im Endeffekt natürlich jeder Schritt wird im kleinen oder im großen Kreis diskutiert. Und es ist natürlich auch einfach, die Situation ändert sich auf Dauer, also sowohl für die NGOs als auch auf dem Mittelmeer. Die Situation ändert sich für die NGOs, das heißt so, diese aktuellen Knüppel, die dann so geworfen werden, wie du gesagt hast, das ist kein, dass du nicht mehr mit einem Sportboatschein so ein Schiff führen darfst, sondern dass es jetzt erschwert wird und so weiter. Meinst du sowas damit? Genau, sowas, also eben ja, Länder ändern Gesetze, damit NGOs nicht mehr auslaufen können. Also Jens Spahn, an die Steuer, an die Kartoffeln, damit komme ich immer durch den Anderen. Scheuer, nicht Steuer. Der Scheuermann. Er hat gerade, also in Deutschland wurden Gesetze geändert, damit Schiffe nicht auslaufen können, in Holland wurden Gesetze geändert, in Italien werden regelmäßig Schiffe festgehalten, nach sogenannten Hafenkontrollen, das ist normal, dass es Hafenkontrollen gibt, nicht in dem Ausmaße, wie NGOs geprüft werden, dass so viele Schiffe festgehalten werden von Italien, ist ein Grund, einen Schnaps zu trinken. Und die Repressionen haben zugenommen und sie sind unglaublich. Also in Italien dürfen Schiffe nicht auslaufen mit der Begründung, sie hätten zu viel Rettungswesten an Bord oder die Toilettenanlagen sind nicht ausreichend. Also das sind Gründe, weswegen Schiffe nicht auslaufen dürfen, die dafür da sind, um Menschenleben zu retten. Und gleichzeitig wird eben, also jedes Bundeswehr oder jedes Marineschiff, was in der Rettungsmission ist, es gab diverse aus allen europäischen Ländern Marineschiffe, die auf Rettungsmissionen unterwegs waren, haben natürlich nicht für 500 Leute Toiletten an Bord, was für ein Schwachsinn, weil die dafür nicht gebaut worden sind. Aber man muss nicht, so was ist das für ein Schwachsinn, dass Schiffe danach bewertet werden, ob sie genug Toiletten haben für die Menschen an Bord, die sonst sterben, wenn die Schiffe nicht da sind. Das Problem ist, ich kann inzwischen einfach rumreden, ohne auf deine Frage einzugehen und vergesse immer, was du gefragt hast. Also ich, mein Gott, wenn ich zwischendurch mal eine Kleinigkeit sagen darf, reicht mir das ja auch. Ich finde da von Haus aus eher so der Schlachtzeuger gewohnt. Das ist doch auch der bescheidenere Typ. Dieses, wenn du, ja, festlegen, also das ist doch so, dass Schiffe dann an die Kette gelegt worden sind auch. Genau. Moment, ich muss zwischen dem Schnapps auch mal was anderes trinken. Also, wenn man mal ab von der Cup an der Muhr sieht, wo das Ganze nochmal irgendwie zehn Jahre vorher passiert ist, irgendwie in der jüngeren Geschichte ist die Juventa die erste gewesen, die 2017 im August beschlagnahmt wurde und immer noch an der Kette liegt. Und die Juventa ist ja eben das... Das ist so, sie liegt immer noch an der Kette. Die liegt da in Italien und rottet langsam vor sich hin und rostet und ich würde so gerne eine Horde von Freiwilligen hinschicken zum Rostklopfen. Ich persönlich hasse das, aber Freiwillige würde ich das gerne machen. Voran. Voran. Die liegt da in Italien, rottet vor sich hin und ist wirklich... Also, wir haben damit innerhalb von... Also, verschiedene Crews haben damit innerhalb von einem Jahr 14.000 Menschen gerettet. Das Leben gerettet, die werden sonst gestorben, diese Menschen. Das sagt sich immer so leicht und klingt immer so banal, aber es geht da um 14.000 Menschen leben. 14.000 Menschen, die gestorben werden, wenn die Juventa... Vielleicht gestorben werden, wenn die Juventa nicht abgewiesen wären. Und jetzt liegt sie eben seit August 2017 an der Kette und hat eben nicht jedes Jahr so viele Menschen gerettet. Ab davon, dass es natürlich eine Schweinerei ist, dass Zivilisten rausfahren müssen, um Menschen zu retten und das nicht der Staat organisiert. Ab davon, dass es eine Schweinerei ist, dass Leute sich in Lebensgefahr begeben müssen, um nach Europa zu kommen zu können, wegen scheiß Dublin und Schengen. Aber wir können ja nicht alles ändern. Aber was wir halt eben versucht haben zu ändern, ist eben, dass weniger Leute ertrinken und selbst das wurde uns verboten, wie die Geschichte gezeigt hat. Und darüber hinaus, also ich glaube, du und zwei andere haben eine ganze Menge so internationalen Gerichtsärger am Arsch. Du hattest es, glaube ich, erzählt, ihr seid natürlich Beihilfe zur Ein- und Ausreise und so Kram, aber auch so Spionage und so. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, du hast das richtig in Erinnerung, aber darüber können wir noch nicht so wirklich reden. Du mischst zwei Sachen sozusagen. Also in Griechenland wird ermittelt gegen diverse NGOs und Leute von NGOs und wir wissen eigentlich noch nicht genau, was da los ist, weil wir haben nur Berichte aus griechischen Medien, die eben darüber berichtet haben, dass gegen eben diverse, also knapp 40 Leute aus verschiedenen NGOs in Europa ermittelt wird, wegen Beihilfe zur legalen Einreise, Spionage und Verbraben von Staatsgeheimnissen. Aber mehr außer, dass das eben in irgendwelchen sehr recht, also es wäre so, als wenn wir uns jetzt auf Bildsachen beziehen, um drüber zu reden. Wir können brauchen darüber nicht reden. Also was feststeht ist, ja, die Chance ist da, dass ich einer von denen bin, aber wir wissen es nicht. Was feststeht, ich bin einer von den Juventa 10, von den sogenannten, und das sind halt eben zehn Leute, die auf der Juventa waren. Gegen uns wird auf jeden Fall in Italien ermittelt. Die Ermittlungen fingen, auch das ist immer wieder mal eine Erwähnung wert, ne? Also die Juventa ist im Juli 2016 das erste Mal ausgelaufen. Im September 2016 starteten die Ermittlungen gegen die Juventa 10, oder nicht gegen die Juventa 10, aber gegen Leute auf der Juventa. Und wir sind eben zehn Leute, die inzwischen wissen, dass gegen sie ermittelt wird in Italien, wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Und, ja, lass sie kommen. Okay, du bist so lässig her. Fähre. Fähre, genau. Let's save, Fähre. Oh, blöde Sportgames. Also mir würde es so halb gut gehen, wenn ich wissen würde, dass da jetzt in Griechenland oder in Italien ermittelt wird. Und ich weiß nicht, auf was das hinauslaufen kann. Da hilft Kümmerling, um sowas zu verdrängen. Ab davon, sie kann natürlich nicht für die anderen neun Menschen sprechen. Ich kann eigentlich nicht mal für mich sprechen, würden andere sagen. Oder sollte lieber nicht. Keine Ahnung, was soll ich sagen. Also, ich meine, ich habe Menschen geholfen, die in weitaus beschissenen Situationen waren, als ich jemals sein werde. Selbst wenn ich in Italien in den Knast, ich glaube nicht, dass italienische Knäste geil sind, vor allem nicht für Leute wie uns. Also, ich glaube immer noch, ein so ein Abend in Sizilien im Knast wäre richtig witzig. Mit so diesen alten Männern, die da in der Ecke sitzen. Das ist der eine Abend. Ein Abend wäre es echt witzig. Im Großteil der Zeit wäre es richtig scheißig. Da wären genug Pascho-Ordner, Pascho-Wärter, die uns das echt besorgen würden. Und ich freue mich da nicht drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich hoffe, ich muss da nicht hin. Aber ich weiß, ich habe Leuten geholfen, die in viel, viel beschisseneren Situationen waren, als ich jemals sein werde. Egal, egal, wie lange. Selbst wenn ich verurteilt werde, ich komme in den europäischen Knast. Ich weiß, wann ich wieder rauskomme. Und dann bin ich wieder hier und kann weiter mit euch trinken. Und die Leute, mit denen ich zu tun habe, die wurden gefoltert. Die wären ertrunken, wenn wir nicht da gewesen wären. Wenn die wieder rauskommen in europäischen Knästen, wissen sie, dass sie abgeschoben werden. Und also, mir geht es gut. Mir geht es gut. Und mich erwartet kein schlimmes Schicksal im Gegensatz zu einem Großteil der Welt. Soll jetzt nicht irgendwie angeberisch klingen. Ich trinke mal kurz einen Schnaps. Das kommt, glaube ich, auch nicht angeberisch rüber. Also, dieser Schnaps ist gewidmet vor kurzem, vor den letzten sieben Tagen waren zum Beispiel auch wieder, ich glaube, 77 Leute auf einem Boot, dem drei Tage nicht geholfen wurde. Weil eben europäische Rettungseinheiten wie die italienische Christenwache und die maltesische Christenwache nicht sofort ausläuft, wenn Nicht-Europäerinnen in Not sind. Und da war ein Boot mehrere Tage in Seenot. Und unter anderem wurde eben ein Kind geboren auf einem dieser Boote, was trotz schwieriger Situationen sowohl das Kind als die Mutter haben überlebt. Und dieses Schnaps ist dem Kind gewidmet. Vielen Dank. Der Mutter will sie keinen bitten. Ich hasse Mütter. Okay. Aber nur mein. Nein, nee. Ich hasse keine Mütter. Ich liebe Mütter. Oh Gott. Mama, ich hoffe, du siehst das nicht. Dieser Schnaps ist für Mama. Habt ihr schon mal einen Schnaps getrunken mit deiner Maske aufgesetzt? Einen Kümmerling vor allem. Was? Das riecht nicht gut oder? Schlimmer als du. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Wenn ich jetzt, es wird ja kein, es wird ja kein so ein Schema F geben. Aber zum Beispiel, also was ist, wenn ihr jetzt, wenn du das Boot, auf dem du, das du gefahren hast, wenn ihr jetzt Leute gerettet habt. Wie geht das dann weiter? Also das ist so, ihr werdet ja nicht irgendwo anrufen und sagen, okay, wir haben jetzt hier 160 Leute. Also tatsächlich, ich muss mich unterbrechen, weil du hast nämlich, leider hast du recht, genau so ist es. Also beziehungsweise sogar schon vorher. Also ich war jetzt seit zwei, drei Jahren nicht auf dem zentralen Mittelmeer, auf dieser meistgefahrenen und wirklichen Grenze der Welt. Zu der Zeit, wo ich da war, war es einfach tatsächlich so, dass alle Einsätze, die wir gefahren haben, jede einzelne Rettung, die wir gemacht haben, war koordiniert und autorisiert von einer Rettungsleitstelle in Rom. Jetzt kommt der Moment, wo ich ein bisschen aushol. In Rom? Oh, das Meer, also ihr kennt die Welt, das ist diese, ich sage, es ist eine Kugel und davon sind ungefähr 70 Prozent von Wasser bedeckt. Ein Großteil dieser Meere sind internationale Gewässer, das heißt, es gibt keine Behörde, die dafür zuständig ist, um irgendwas zu kümmern, was auf diesen Meeren passiert. Weil schon bevor es diese Flüchtlings, es ist wieder, okay, es sind keine Flüchtlinge, es sind Geflohene und es ist keine Krise und auch keine Welle. Aber bevor eben das Thema war hier in Europa, dass Menschen auf Boote steigen, um nach Europa zu kommen, gab es Menschen, die auf diesen internationalen Gewässern in Seenot waren. Deswegen hat sich irgendwann ein MRCC gegründet, Maritime Rescue Coordination Center. Und das ist so ein internationaler Verbund, der sich eben um Rettungen kümmert, die in internationalen Gewässern stattfinden. Wenn ich, würde ich nicht machen, aber wenn ich mit ihm zusammen mit einem Sportboot auf der Nordsee unterwegs wäre und ich hätte Maschinenausfahrt, dann wäre ich mit einem notwendigen MRCC. Und das funktioniert zwar auf der ganzen Welt, egal wo du auf der Welt bist, mit deinem Schiff und egal, ob es ein Sportboot ist oder ein Handelschiff oder ein Kriegsschiff oder ein Segelschiff oder sonst was, wenn du einen Notruf absendest, landet er eben bei dem zuständigen MRCC für dieses Seegebiet. Libyen ist halt einfach kein Land mehr oder kein Land mehr mit einer Regierung. Das ist ein, ich glaube, es heißt inzwischen Failed State. Und deswegen gibt es natürlich kein, okay, deswegen gab es ganz lange kein MRCC Libyen. Und deswegen hat Italien freiwillig das Seegebiet zwischen Libyen und Italien übernommen als MRCC Rom, was eben alle Rettungen, die zwischen Italien und Libyen stattgefunden haben, koordiniert haben und autorisiert haben. Und es war tatsächlich so, weil du es am Anfang, also mein Monolog fing an, mit ihm zu unterbrechen, weil es war tatsächlich so, wenn du ein Boot zufällig gesehen hast, und wir haben oft Boote zufällig gesehen, wir sind da unten gewesen und haben eine Patrouille gefahren, immer zack, 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 hin und her, hin und her. Und Leute haben mit Ferngläsern Ausschau gehalten. Wenn man dann zufällig ein Boot gesehen hat, dann war der erste Griff des oder der Kapitänin oder des Kapitäns zum Steuerhebel schneller werden, um schnell zu diesem Boot zu kommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, eine halbe Stunde zu spät zu so einem Boot kommen kann bedeuten, dass 130 Leute ertrunken sind. Das geht ganz schnell. Wenn so ein Boot kentert, sind die Leute weg. Also ich weiß nicht, ob ihr, um es mal zu verbildlichen, setzt euch mal in eine unbequeme Position, zusammengewinkelte Knie oder sowas, bleibt so 15 Stunden oder 20 Stunden oder 40 Stunden sitzen und springt dann ins kalte Wasser. Wie viele Chancen hat eine erfahrene Schwimmerin, in so einer Situation zu überleben? Wenig. Und die meisten Menschen auf diesem Boden sind keine erfahrenen Schwimmerinnen. Und natürlich hat jemand, der sich irgendwie eben seit 15, 20 oder 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Stunden nicht bewegt hat und dann ins kalte Wasser fällt, die sind weg. Ganz, ganz schnell. Sie sind hier einfach vertrunken. Und ich weiß es eben, aus eigener Erfahrung bekommst du eine halbe Stunde zu spät zu einem Ort, wo ein Boot war mit 130 Leuten drauf. Und diese 130 Menschen sind weg. Einfach weg. Abkunken. Und jetzt bin ich schon wieder so ergriffen von meinem eigenen Vorstand, dass ich nicht weiß, worauf ich hin. Worüber haben wir gerade gesehen? Über die Reihenfolge. Der klasse Griff ist sozusagen, du siehst so ein Boot oder irgendjemand in der Truhe sieht ein Boot und meldet es dann auf die Brücke. Du gibst Vollgas, um möglichst schnell zu diesem Boot zu kommen, weil es ist eben, wie gesagt, wie eben beschrieben, um Minuten gehen kann, bis ein paar hundert Leute gestorben sind. Nicht zwei, drei. Es geht nicht um irgendwie ein Sportboot voll mit zwei deutschen Spacken. Das sagt man nicht. Nein, darf man nicht sagen, wegen Ableismus. Zwei deutschen Schimpfwort kleiner Wahl. Oder meinetwegen auch Franzosen oder Spanier. Ist mir scheißegal. Meinetwegen auch Garniesen. Auf jeden Fall, es geht... Und wenn wir eben zu lange brauchen, um zu so einem Boot zu kommen, dann dauert das ein paar Minuten, weil diese Menschen sind ertrunken. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, worauf ich noch... Genau. Auf jeden Fall... Es tut mir leid. Deswegen, der erste Griff zum Fahrhebel, schneller werden, um zu diesem Boot zu kommen, weil es wichtig ist, schnell da zu sein. Und der zweite Griff ist eben tatsächlich damals der gewesen zum Telefon und das MRCC Rom anzurufen und zu sagen, ey, wir haben hier ein Boot in Sicht mit so und so vielen Leuten und was sollen wir mit dem machen? Und dann hat damals einem das MRCC Rom gesagt, was mit diesen Leuten passiert. Also eben, es war nicht so, dass wir willkürlich gehandelt haben oder... Also, ja, also ein Großteil der Boote wurde uns sogar gemeldet vom MRCC Rom. Also, ich habe eben gesagt, wir fahren rum, wir fahren, Suchmuster abgefahren. Ich lasse dich nicht viel zu Wort kommen. Ist alles gut. Wir sind im Suchmuster abgefahren und haben eben Ausschau gehalten rund um die Uhr oder solange es möglich ist, solange es hell war, haben Boote zufällig gefunden und dann eben das MRCC Rom informiert. Andersrum ist es weitaus öfter passiert. Also, es hat regelmäßig morgens um vier oder fünf das MRCC Rom angerufen und gesagt, ähm, da und da ist ein Boot in Seenot. Wir wissen, ihr seid in der Nähe, fahrt da hin. Und ich finde noch viel perverser, ich kriege mich eben jetzt ein bisschen rase, ich finde noch viel perverser, ich habe gerade gesagt, die Meere sind internationale Gewässer. Zwölf Meilenzone, selbst ihr Landraten habt das vielleicht schon mal gehört, Zwölf Meilenzone, das ist die Grenze zwischen internationalen Gewässern und du bist in einem Land. Also von der libyschen Küste, zwölf Meilen, diese zwölf Meilen, das ist Libyen. Wenn du da reinfährst, dann bist du quasi in Libyen. Und selbst in der Schifffahrt, die sehr tolerant ist, außer wenn es um Flüchtlinge geht, oder Geflohene, ähm, sagt, ähm, du darfst in diese Zwölf Meilenzone immer, wenn da Leute in Seenot sind. Und ich habe richtig oft, äh, auf der Juventa, ich habe richtig oft die Anweisung von einer italienischen Behörde, nämlich dem MRCC, in die Zwölf Meilenzone ran und warte drauf, dass das Boot rauskommt. Und allein dieser einzige, dieser kleine Aspekt von dieser ganzen großen, komplexen Thema der Seenotrettung sagt so viel aus. Da sind Menschen, die sind auf einem Boot, wo es richtig scheiße ist, das ist unbequem, das ist ätzend, die haben nicht genug Sprit, um irgendwo hinzukommen, die sind eigentlich zum Tode verurteilt. Und es ist die Anweisung, fahr zur Zwölf Meilenzone und warte, bis sie aus dieser Zwölf Meilenzone draut sind. Und dann darfst du sie retten. Du guckst, Leute, du sitzt auf diesem Schiff und guckst mit dem Fernglas den Leuten zu, wie sie eben mit 2 kmh oder 4 kmh auf sich zukommen aus libyschen Gewässern, damit sie die letzte Person zu bekommen. Und, ach, naja, vielleicht wärst du dran. Ja, ich, wie, was ist die, warum hat diese, was ist das, eine Behörde? Ist das eine, ist das irgendwas, also diese M-A-C-C? Wo kommt diese Macht her? Also wieso können die bestimmen, rettet die oder vielleicht auch rettet die, wenn sie es schaffen, ein internationales Gewässer zu haben? Okay, ich, er mag es nicht, aber ich bin Punker. Er hasst Punker. Das ist richtig. Trotzdem bin ich einer und er redet gern mit mir. Ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht ist es Altersmüde. Trotz allem kann ich sagen, ich weiß es nicht. Was war die Frage? Die Frage ist, woher diese Leute diese Macht bekommen. Ach so, genau. MHC, das MHC, das ist ein freiwilliger Grund von Vereinen, das ist keine Behörde. Das ist in jedem Land auch unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel ist das MHC im Zusammenschluss von dieser komischen DLRGG, ich kann mir den Namen nicht merken, und verschiedenen Sachen. Deutsche Gesellschaft zur Rettung steht für mich. Mir doch scheißegal. Ja, wie heißt du, oder? Ja, wenn du das sagst. Aber nur, weil du recht haben willst. Okay, lass mich reden. Das MHC, das ist ein internationaler Zusammenschluss von Vereinen. Das ist in jedem Land nicht geregelt. Aber auf jeden Fall, also diese MHC hat Weisungsbefugnis. Also, wenn ich, ich habe es eben schon gesagt, wenn wir beide unwahrscheinliche Situationen sind mit unserem Sportboot unterwegs und reden irgendwie über den Nahostkonflikt auf dem Mittelmeer und haben einen Notfall mit dem Motor, dann rufen wir um Seenot, und dann kann das MHC, was für dieses See zuständig ist, kann jedem Schiff, was in der Nähe ist, anweisen. Das ist in jedem Land nicht geregelt. Das ist in jedem Land nicht geregelt. Okay, wir sind wieder dabei, wir sind wieder drauf. Ich war eben dabei, wenn du oder ein Schiff jetzt Leute rettet, ohne die Genehmigung dafür zu bekommen haben, wie sieht dann die, was können die dann machen? Können die dann der Behörde sagen, okay, wenn ihr an Land kommt, dann legt das Schiff an die Kette, oder wie geht das? Oder können die euch Verfahren an den Hals hängen, oder was, der Internationale Seegerichtshof, oder was auch immer? Also, ich würde ganz spontan ungern antworten, weil das eine unglaublich schwachsinnige Frage ist. Aber wenn ich antworten muss, dann würde ich sagen, kaum eine NGO, also, nee, das ist auch sehr schwachsinnig. Also, mir ist kein Fall bekannt, wo eine NGO gegen irgendein nationales oder internationales Gesetz verstoßen hat. Ich weiß nicht mal, deine Antwort, deine Frage war ein bisschen so rückfassert mäßig. Ich würde jetzt einfach mal kurz ablenken und wieder mal einen Schatz trinken, ob die Menschen, es gab vor ein paar Tagen Menschen, die wurden, ich glaube, es waren 13 Menschen, die wurden aus Karate, also einem G-Test-Lager, abgeholt mit der Begründung, es soll ein Corona-Test gemacht werden. Die wurden in einen Container gesperrt, wurden dort verprügelt und wurden dann auf einer Rettungsinsel, also einem eigentlich für See und Rettung gedachten Mittel, was nicht dafür gedacht ist, Leute länger auf See zu beherbergen, mitten auf dem offenen Meer ausgesetzt, beziehungsweise sogar außer europäischer Gewässer. Das ist einer der tausenden illegalen Pushbacks, die Europa dieses Jahr durchgeführt hat. Dieser Schnapp ist auf die 13. Prost. Ich bin ein bisschen hinterher, ne? Ja, ich... Also wir haben keine Gesetze gebreitet und es gibt keinen Grund, gegen uns zu ermitteln, es gibt keinen Grund, gegen die Juventa zu ermitteln, noch gegen die See-Wood. Es ist Schwachsinn, ein Stück festzuhalten, wegen zu vielen Rettungsmitteln. Erzungen und Gänzen hatten ein Ermittlungsverfahren, weil die Klamotten, die von Geflüchteten getragen wurden, nicht als medizinischen Sondermüll deklariert haben, weil damit sozusagen die italienische Pascho-Regierung gezeigt hat, dass irgendwie für sie Klamotten, die Geflüchteten getragen haben, Apes übertragen können und deswegen medizinischer Sondermüll sind. Dafür hatten er zum Gänzen eine Ermittlung. Und, und, und. Also alle diese Ermittlungen sind... Ich meine, wir sind hier... Okay, wir sind nicht ganz unter uns, aber wir wissen, dass Linke wegen Schwachsinn und wegen... Also es geht nicht darum, ob die da oben recht haben, sondern es geht darum, uns klein zu machen. Und wir wissen, dass sie dafür, für nichts zu schäbig sind. Also nehmen wir Sarah Madini. Komm, eine Redestimmung. Sarah Madini, eine selber geflüchtete Frau, die irgendwie aus Syrien geflüchtet ist. Besondere Geschichte bei ihr. Ihr Boot hatte während der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland ein Maschinausfall. Und sie und ihre Schwester zum Glück recht gute Schwimmerinnen. Ihre Schwester, das ist ein Teil des Refugee Olympia Swimming Teams, sind ins Wasser gesprungen und haben dieses Boot, was eben einen Maschinausfall hatte, quasi sozusagen mit Girl Power, mit Leg Power. Sie haben sozusagen, also das war ein Boot, was Maschinausfall hatte und Sarah Madini und ihre Schwester und andere Menschen haben alle Menschen auf diesem Boot im Endeffekt das Leben gerettet, indem sie sie rüber geschwommen haben, dieses Boot angeschoben haben, schwimmt im Wasser. Sarah Madini hat sich danach in der Flüchtlingshilfe selber solidarisiert und engagiert auf Lesbos und war letztes Jahr in U-Haft in Griechenland, vorletztes Jahr, Griechenzeit, war vor kurzem in U-Haft in Griechenland. Auch bei ihr der Vorwurf Spionage und auch das, also ihr Landratten, ihr könnt das vielleicht nicht so genießen wie ich, aber jedes Schiff, was auf See unterwegs ist, hat die Verpflichtung, wir haben Funkgeräte auf Schiffen, das ist total toll. Ich persönlich habe keinen Autoführerschein, ich darf nüchtern Rad fahren, aber eben Autos, schrecklich, weil ich mag es total, wir haben Funkgeräte, wir können jedes Schiff anfunken. Wenn ich dir einfach irgendwie vor der Nase längs fahren will, dann funke ich dich an und sage, hey, du da mit einem großen, dicken Tankschiff, ich fahre dir mal kurz vor der Nase längs. Wichtiges, intensive Funkgeräte auf Schiffen, eine Pflicht, also Handelsschiffen, Pflicht, auf Sportbooten angeraten, dieses Funkgerät zu haben, es ist eine Pflicht, wenn man ein Funkgerät hat, egal ob man auf dem Sportboot oder auf dem Handelsschiff, Kanal 16 anzuhaben als Notfallkanal. Sarah Madini war mehrere Monate in Griechenland in Urhaft, weil sie Kanal 16 an Land anhatte. Also der Vorwurf war eben ein Kanal, den man, ein Funkgerätkanal, den man auf dem Wasser anhaben muss und sie hatte ihn an Land, auf einer Handfunke an und der Vorwurf war deswegen Spionage. Dafür war sie mehrere Monate in Urhaft, auch das ein ganz klares Zeichen dafür, wie weit Europa geht, um Leute zu schikanieren, die anderen Menschen helfen, die in Not sind. Wolltest du auch mal was sagen? Ja, also ich will dich nicht unterbrechen. Das wäre aber schön. Okay. Nee. Nee, ich rede weiter. Grenzabschiebe, Organisation Frontex. Das ist ja ganz klar der Feind. Also das ist ganz klar menschenverachtend. Es ist reiner Menschenhass eigentlich, weshalb diese Organisation gegründet wurde und das macht, was sie da macht. Ihr seid, beide sind auf dem gleichen Meer. Wie kommt ihr euch da in die Quere und wie geht das dann? Beide sind auf dem selben Meer. Ich bin betrunken genug, um auf eine Landanekdote umzuschwenken, um abzulenken, Blattgranate. Ich werde nie vergessen, wie ich in Griechenland am Strand oder am Wasser in einem Restaurant, im Börs, was auch immer saß, meine Pommes aß und Frontex Menschenfeinde, Arschlöcher, ich hasse euch, Wichser, Frontex abschaffen. Wie Menschen von Frontex, Angestellte der Firma Frontex, also von Europa bezahlte Menschen, an meinem Tisch vorbeigingen und na ihr Kurver Mongos, was wollt ihr hier? Das ist die Stimmung, die auf Lesbos von Frontex verbreitet wird, dass irgendwelche, so eine, also ich bin ein schmaler, dünner Küchenmeister im Gegensatz zu denen, das waren wirklich so eine Schränke, die an unserem Tisch vorbeigingen. Vorher haben sie auf unser Ripp, also auf unser nicht gut funktionierendes, aber es hat funktioniert, damals bei Wurth von der Mare Liberum, raufgespuckt haben, raufgerascht haben und dann gingen sie halt an unserem Tisch vorbei, na na, ihr Kurver Mongos. Ich meine, ab davon, dass ich nicht nur Frontex habe, sondern jeden Menschen in Uniform, das sind Leute, die vom europäischen Staat, von den europäischen Staaten, egal, das sind Behördenmenschen und die lassen sich auf ein Niveau runter, dass sie ihren politischen Feind Kurver Mongos nennen. Da finde ich, ist relativ wenig beizusteuern und Frontex gehört abgeschafft, Grenzen gehören abgeschafft und ich sollte mehr dich zu Wort kommen. Nein, nein, alles gut. Ja, ich weiß, du genießt das, dass ich mich hier auf den Kopf und Kragen sehe. Du bist so nicht, jetzt gehen wir nicht aufs Nerven. Das geht so schnell bei dir. Ja, das ist alles richtig. Also ich habe heute Morgen gedacht, so okay, Frontex machen ja auch Pushback-Operationen. Also was ist ich? Ich habe gedacht, wie kann das sein, was ist ich, wenn ihr jetzt Leute gerettet habt, irgendwo an Land bringen können und die wieder eingesammelt werden und wieder rausgefahren werden? Passiert sowas, dass Leute zweimal gerettet werden? Okay, das ist ein sehr, 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 sehr komplexes Thema. Und das ist ein, also ich habe auf Lesbos Leute getroffen, die diese Überfahrt von der Türkei nach Lesbos 12, 15 Mal gemacht haben. Also jedes Mal abgefangen wurden. Ich habe Leute getroffen, auf der Sea-Watch, als ich auf der Sea-Watch 3 war, auf dem zentralen Mittelmeer, die uns erzählt haben, dass sie gerade, also wir haben sie sozusagen, ja, es war eh Scheißtag, Scheiß-Situation. Leute, wir waren relativ zeitgleich mit der sogenannten libyschen Küstenwache an einem Boot und die Leute haben sich in Lebensgefahr gebracht, um eben bei uns zu landen und nicht auf dem Boot der libyschen Küstenwache. und Menschen, die wir da aufgenommen haben, haben uns erzählt, dass sie gerade das dritte Mal auf so einem Boot waren, dass sie dreimal, nachts von libyschen Schleppern, die Menschen gehen nicht freiwillig auf diese Boote. Ich weiß hier nicht, wer so zuguckt. Diese Menschen gehen nicht freiwillig auf diese Boote. Das ist kein Vergnügen, das machen sie nicht gerne. Die Menschen sitzen in libyschen Lagern und werden gefoltert. Wenn sie nicht genug Geld für die Überfahrt haben, dann werden irgendwie Videos gemacht von ihnen, wie sie gefoltert werden, die an ihre Familien geschickt werden, bis die Familien sagen, wir besorgen das Geld irgendwie. Wenn sie am Strand sind und sehen, dieses Boot ist zu voll, es ist zu gefährlich, sie trauen sich nicht rauf, dann werden sie erschossen, wenn sie nicht rauf gehen. Die gehen nicht freiwillig auf diese Boote. Die denken nicht, ich bin hier am Strand in Libyen und ich fahre zwei Stunden Spazierfahrt und dann bin ich in Europa. Denen wird irgendwie Lichter von einer Gasverbrennungsanlage, die so 70 Seemeilen von Libyen entfernt ist. Die wird ihnen meistens gezeigt und ihnen wird gesagt, das ist Europa, da müsst ihr hinkommen. Und trotzdem wollen diese Leute nicht auf die Boote, weil es ist viel zu voll. Ihnen ist klar, es gibt wenig Chancen, so eine Bootsfahrt zu überleben. Ihnen ist klar, es ist lebensgefährlich, auf dieses Boot zu steigen und die Chance, in Europa anzukommen, selbst wenn es da vorne ist, wo diese Lichter sind, was diese Arschlöcher behaupten, selbst dann wissen sie, es ist gefährlich und die Gefahr besteht, wir kommen nicht an, weil das Boot ist viel zu voll. Und sie werden mit vorgehaltener Waffe auf diese Boote gezwungen und wenn sie nicht rauf steigen, dann werden sie erschossen. Davon gibt es genug Berichte, dass die Menschen direkt am Strand erschossen werden, wenn sie nicht auf diese Boote gehen. Und wenn sie dann eben auf diesen Booten sind, diese Boote sind viel zu schlecht ausgerüstet, die haben keinen Treibstoff dabei, die haben nicht genug Nahrungsmittel dabei, die haben nicht genug Wasser dabei oder sonst was. Die gehen eben, ich weiß schon wieder nicht, worauf ich hinaus wollte, die Menschen gehen nicht freiwillig auf diese Boote, die werden gezwungen. Die werden von den Schleppern gezwungen, sie werden erst das Geld abgezwungen, und das bezahlen sie nicht freiwillig, das bezahlen sie nicht, weil sie es übrig haben, das bezahlen sie, weil die Europäische Union sie zwingt, wegen eines Dublin-Abkommens oder wegen eines Schengen-Abkommens, zwingt die Europäische Union, die Menschen, sich in Lebensgefahr zu begeben, um nach Europa zu kommen. Und die Menschen wollen nicht auf diese Boote, sie haben Angst vor diesen Booten, weil sie haben Angst vor dem Meer, viele von diesen Menschen haben das Meer noch nie gesehen. Und dann werden sie eben, also erst werden sie gefoltert, damit sie das Geld zusammen haben, um auf diese Boote zu steigen. Und dann werden sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, auf diese Boote zu steigen. Und dann ertrinken sie in den meisten Fällen. Und ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich trinke noch Schmerz. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß auch nicht mehr, was deine Frage war. Der Ursprung war eigentlich, wie das mit den Pushbacks ist, ob es da tatsächlich sein kann, dass dann Leute gerettet werden, an Land gebracht werden, wieder zurück, zurück in internationale Gewässer gefahren werden und dann mit Glück dann wieder gerettet werden. Und auch das passiert. Also nicht nur im Zentralen Mittelmeer, also auch das ist sozusagen die sogenannte die libysche Küstenwache ist ein Witz. Also ich war 2016, da habe ich das erste Mal ein Brot getroffen von der libyschen Küstenwache. Das war ein gammeliges Sportbrot. Da waren Leute in der Fantasieuniform, die es war, na, egal. Die libysche Küstenwache wurde von Europa trainiert, finanziert, ausgerüstet und sonst was. Wir haben inzwischen richtig viele Boote und es gibt Videos aus den letzten Tagen, wie die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache Menschen rettet. Und es ist ihnen scheißegal, ob dabei sind Leute gestorben, dabei sind Leute ertrunken, es ist ihnen scheißegal, es geht ihnen nicht darum, Menschen zu retten, es geht ihnen darum, im Auftrag von Europa dafür zu sorgen, dass Menschen nicht nach Europa kommen. Es geht ihnen darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Menschen eben, also entweder sollen die Leute ertrinken oder zurück nach Libyen gebracht werden. Und das ist halt ein Kreislauf. Ich habe wahrscheinlich eben, bin ich nicht mehr darauf gekommen, weil ich nicht mehr wusste, worüber ich geredet habe. Aber wir haben diesen Menschen eben an Bord, dass die Wort Schreiger gesagt hat, er war zum dritten Mal an Bord und er meinte, nachts zwingen ihn Leute mit Waffen auf ein Schiff und tagsüber retten ihn dieselben Menschen, h genau dieselben Menschen retten ihn von diesem Boot und bringen ihn zurück nach Libyen. Das ist halt ein richtig geiler, kapitalistischer Kreislauf. Die Leute verdienen doppelt, sie nehmen einmal die Leute aus, indem sie sie nachts auf die Bote zwingen und dann verdienen sie eben, indem sie Geld von Europa nehmen und die Leute tagsüber wieder zurückbringen. Und auch eben in allen anderen Gebieten finden Pushback-Batch, also wir können irgendwie aus der Balkan-Route, gibt es ohne Ende Berichte, wie Leute irgendwie unter, also nicht nur, also illegal, ich meine, ich bin Punker, mir ist illegal, ist scheißegal. Ich darf nicht weiter, auf jeden Fall. Nein, es gibt Frage, Statement, ich würde es erst mal Statement geben, vielleicht ist da eine inspezifte Frage auch drin, wie grausvoll das alles ist, wissen glaube ich, wir alle. Um es zu ändern, bräuchte es vielleicht doch einen klaren Kopf. Das ist Statement, das ist halt die Frage, wolltest du darauf eingeben? Kommt auch keiner aus. Also ich schlage einfach vor, gehe nicht drauf ein. Ja, ich bin offen für Vorschläge. Ich bin offen für Vorschläge. Ich bin mit meinem Latein am Ende, kann ich ganz klar sagen. Ich bin verzweifelt, ich bin deprimiert, ich bin traurig und ich weiß nicht mehr weiter. Und mit legalen Mitteln weiß ich eh nicht weiter. Ja, klarer Kopf ist bestimmt geil, aber es mag so wirken, als wenn ich der Suchtclown irgendwie aus der NGO-Szene bin. Bin ich auch gerne im Endeffekt, wenn das Thema, wenn das ganze Öffentlichkeit kreiert. Ansonsten muss ich leider gestehen, ich trinke nicht sieben Tage die Woche und ich trinke vor allem nicht immer so viel, auch wenn ich es gerne würde. Und wenn du gute Ideen hast, wie wir das Ganze voranbringen, schreib uns eine E-Mail. Dann habe ich das nächste, naja, die libysche Küstenwache wird ja auch von den Deutschen nicht nur finanziert, sondern auch ausgebildet. Ja. Die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache, wir stehen da drauf, so viel Zeit muss sein, die sogenannte libysche Küstenwache wird nicht nur von Deutschland finanziert, ausgerüstet und trainiert, sondern eben von fast allen europäischen Staaten. Und das ist quasi sozusagen... Ich habe es nicht gesagt. Ich könnte jetzt sagen... Ich lenke ab. Jetzt kommt Werbung für die Raff. Ja, stimmt. Nichts. Was? Ach, du hast doch gerade eine Frage beantworten wollen. Aber stimmt. Haben wir noch eine Frage, oder ist das... Nein. Jetzt bist du wieder dran, verdammt. Jetzt bin ich wieder dran. Okay. Pushbacks, fanden statt. Ja, das... Ich glaube, da gibt es niemanden, der da wirklich dran ist. Doch. Gibt es nicht gerade sogar einen Prozess gegen so einen Frontex-Chef Dingenskirchen, der sich erklären muss, dass diese Pushbacks ja offensichtlich doch stattfinden, weil es da Filmaufnahmen von gibt, wie Leute zurück ja wirklich gepushed werden. Okay, jetzt... Also ich... Ich gestehe was. Ich reizite hier Sachen, ohne sie zu lesen. Ja, es gibt... Also nein, es gibt total viele. Also das ist... Ich weiß gar nicht, ob es geil ist. Also ich meine, du bist älter, du musst es besser wissen. Wie ist es zu erleben, dass die anderen die ganze Zeit feststellen, man hat da recht. Ganz im Ernst, willst du es wirklich wissen? Das ist total deprimierend. Es ist wirklich... Macht kauere Haare, ne? Auch. Auch, ja, ja. Nein, also es wird tatsächlich gegen Frontex ermittelt. Und das ist einerseits befriedigt mich das natürlich, weil ich finde Frontex, Frontex-Wixer. Hier, warte mal kurz. Frontex-Wixer. Darius, ich hasse euch. Ich schlüsse mich einfach mal an. Nein, Frontex sind dumme Arschlöcher, Menschenfeinde, die brechen Gesetze, die kümmern sich nicht um internationale... Das ist halt das Schlimme. Frontex-Wixer sind so scheiße, dass die Leute wie mich dazu bringen, sich darüber aufzuregen, dass jemand Gesetze bricht. Wo sind wir gelandet? Ich habe gestern oder vorgestern auch einen Kollegen gesehen, ein Statement von einem Kollegen gesehen, der auch Seenotrettungs-mäßig unterwegs ist. Fernsehinterview, der... Schaltwort, ne? Bitte? Seenotrettung? Schaltwort, langes Wort. Ich kriege es noch hin. Seenotrettungs-Dex-Beauftragte... Guck mich an, ich trinke nicht. Ich kann lange Wörter aussprechen. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich ihn gesehen und der hat, wie ich finde, was ganz Gutes gesagt. Er meinte so, ey, als das gerade so neu und frisch war, waren wir die Helden der Welt und jetzt, mit ein paar Jahren danach, sind wir die... Ich weiß nicht genau, wie es dann letztendlich zu Ende geführt hat. Jetzt sind wir die, die jetzt hier Ausländer in die Europäische Union bringen. Ich weiß nicht, gibt es noch... Ja, es ist schwer zu beantworten, ohne ausfällig zu werden. Wer hat halt ausfällig? Nee, ich möchte gar nicht. Ich möchte ja nicht. Also es gibt Leute, gegen die meckere ich gern, wenn niemand zuguckt, aber es muss nicht immer jeder zugucken bei allen Meckereien, die ich so tue. Tut übrigens die italienische Staatsanwaltschaft. Die italienische Staatsanwaltschaft hat ja drei Monate lang die Brücke der Juventa verwandt und hat sozusagen wirklich jede Möwelei, die ich getätigt habe, in diesem Zeitraum aufgenommen. Deswegen auch... Also ich hoffe auch andere, weil ich habe mich ja damit abgefunden, dass niemand und weder Gruppen noch Personen noch irgendwas, noch mit mir irgendwas zu tun haben will, die diese Aufnahmen hören, was wahrscheinlich passieren wird, wie ich die Schmierenpresse kenne, die teilen. Ab davon möchte ich gerade, wenn ich über andere meckern oder über irgendwas meckern, okay, du hörst es nicht gern, aber ich bin Punker. Ich höre... Ach, du seufst, du seufst. Oh Gott, schlimmes Wort. Oh, er hat dazu das Wort gesagt, Punker. Für alle, die ihn nicht kennen, er hasst Punker. Nur, weil er... Aber ab davon möchte ich mal kurz sagen, ich bin halt Punker, mir ist es egal, ob Leute mich hassen, mir ist es egal, ob Leute mich mögen und mir war es damals egal, ob die Leute das abgefeiert haben, was wir machen, mir ist es heute egal, ob sie es scheiße finden. Da draußen ertrinken Menschen, jeden Tag ertrinkender Menschen. Es ist mir doch scheißegal, ob das jemand gut findet oder schlecht, wenn ich diesen Menschen helfe. Mir ist es wichtig, dass weniger Leute ertrinken. Darum geht es. Es geht darum, dass da jeden Tag Leute sterben. Jeden Tag sterben da Leute. Und... Ey, ich meine, mir passiert das selber, aber ich meine, es geht nicht um Nummern, es geht nicht um Zahlen. Ich meine, ich glaube, vorgestern sind 41 Leute auf dem Mittelmeer ertrunken. 41. Zehn mal nach, wie viele Leute du kennst, zehn mal nach, wie viele Freunde du hast. 41 Menschen sind ertrunken auf dem Mittelmeer, weil es Europa egal ist, wie es den Leuten da geht. Europa ist es egal, wie es den Leuten da geht, wenn es keine Europäerinnen sind. Und... Mir ist es egal. Mir ist es einfach egal, ob Leute mich abfeiern oder hassen dafür, was ich mache. Mir ist es wichtig, zu versuchen, dass weniger Menschen sterben. Okay, Funfact dazwischen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist das so mehr oder weniger der erste Satz, den er sagt, ich bin Panker. Deshalb möchte man mir vielleicht auch so ein bisschen Resignation auch ein bisschen verzeihen. Solidarität. Was ist jetzt so Solidarität mit den Rettenden? Ist das... Läuft das gut? Funktioniert das gut? Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, da kann man mehr machen, das kann man besser machen oder das hat noch nie jemand gemacht? Schere Frage. Sehr schwere Frage. Es haben viel zu viele Leute viel zu viele Sachen gemacht, es haben viel zu viele Leute viel zu viele Sachen nicht gemacht, die noch nie gemacht wurden. Wir müssten alle viel, viel aktiver werden, viel, viel kreativer und uns viel mehr kreative Widerstandsformen überlegen und vor allem einfach, vor allem viel aktiver werden, weil also ohne jetzt jemand verurteilen oder irgendjemand verurteilen zu wollen, aber es reicht halt eben nicht, bei Twitter was abzuposten. Es reicht nicht, ein Poster ins Fenster zu sinken. Das ist ein schöner Anfang, ein schöner Start, ein gutes Fundament, um ein Gespräch anzufangen. Es hilft aber niemandem. Ich weiß es nicht, ich möchte niemanden anschlacheln zu illegalen Tätigkeiten, aber ich begrüße sie. Ansonsten, ja, es wird viel zu wenig gemacht. Wir sind viel zu wenig müthend. Also ich meine, im Endeffekt ist es egal. Wir lesen diese Zahlen, sie rauschen an uns vorbei. Gehe ich auf Twitter, also wenn ich auf Twitter gehe, dann sehe ich irgendwie in meiner Timeline innerhalb von einer Stunde irgendwie, ja eben, eine 26-jährige Frau, die sich versucht hat anzuzünden, 77 Menschen, die auf dem Mittelmeer fast ertrunken werden, 500 Menschen, die auf Italien angekommen sind, 30 Menschen, die da und da sind. Also ich meine, die Welt ist richtig, richtig scheiße. Die Welt ist richtig, richtig schlimm und wir machen alle, alle, jeder Einzelne, inklusive mir, inklusive dir, inklusive dir, viel zu wenig. Völlig klar. Aber wir wissen halt auch einfach nicht, was wir tun sollen. Und wir verzweifeln daran, was wir, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und ich würde gerne mehr Menschen retten vor mir trinken. Ich würde gerne mehr Menschen aus den Lagern holen. Ich würde gerne dafür sorgen, dass in Deutschland niemand in solchen Lagern leben muss. Ich würde gerne Leute aus dem Knast holen. Ich würde gerne so viel Tolles tun und so viel, vieles anzünden. Aber das darf ich jetzt nicht sagen. Also weshalb ich gefragt habe, nach so einem... Hast du gefragt? Ich habe es auch schreckt. Weshalb ich diese Frage, die ich jetzt selber gar nicht mehr so richtig zustande kriege, gefragt habe, ist, also ihr habt ja so ab so einem gewissen Level habt ihr ja auch so mit so karitativen Organisationen zu tun. Also mit... Darf ich jetzt kurz zu Wort? Bitte? Was? Karitative Organisationen zu tun. Einmal jetzt. Das passt ungefähr in eure Thematik ein, wenn es um Solidarität geht. Hier fragt eine Person, du wirst ja sehr recht emotional auch an der ganzen Sache dabei. Hast du ein Netz, was dich aufhängt? Um was sich um dich kümmert. Sozusagen. Um wer dich unterstützt. Er meint dich. Nein, ich nicht. Oder sie. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Ganz sicher. Ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden. Ich würde einfach noch schnapp schicken. Ich gucke mal kurz, auf wen gerade jetzt. Es gibt richtig viele Gründe, schnapp zu schicken. Ich habe mir extra ganze Gründe aufgeschrieben, aber ich bin inzwischen zu besoffen, um jeden so einzeln ernst zu nehmen. Und deswegen gucke ich mal kurz, was wichtig ist. Das ist alles wichtig, natürlich. Ich finde jetzt, einer der Punkte ist Scheitern der Linken. Darauf trinke ich auch nicht was. Die Linke scheitert gerade. Ich meine, wir haben gerade die Chance. Die Welt geht zugrunde. Wir könnten sich ergreifen. Also, wenn jemand klug ist, da draußen ist, Mann, Frau, Thiers. Also, wir brauchen kluge Ideen gerade. Euch. Wir brauchen euch. Werdet kreativ. Werdet aktiv. Macht was. Seid widerständig. Zündet was an. Prost. Wie gesagt, es ist immer schon noch mal wichtig, wirklich auf die Untersuchung einzugehen. Aber ich glaube, du hast das auch schon für andere Zweifel. Also, finanziell gibt es ganz viele Gruppen. Ich meine, wir, was heißt wir, aber die meisten Leute, die hier gerade zugucken, wahrscheinlich, ich hoffe, es sind nicht viele, haben auch mal ein, zwei Euro übrig am Ende des Monats. Und es gibt richtig viele Gruppen, die sich über jeden einzelnen Euro freuen. Sei es irgendwie Gruppen, die irgendwie in Nord-Serbien unterwegs sind, sei es die No-Border-Kitchen auf Lesbos, sei es Together We Are Bremen in Bremen. Also, es gibt richtig, WISH auf Lesbos, Moria Media Team auf Lesbos, also es gibt richtig viele Gruppen, die sich über jeden einzelnen Euro freuen. Und es gibt richtig viele Gruppen, wo auch jeder einzelne Euro mehr bringt, als irgendwie eben hier in der nächsten deutschen Antifa, sorry, aber auch deutsche Antifas haben Geld verdient. Ich habe noch eine Frage. Wie kommt in dieser extremen Situation miteinander auf See klar? Der Druck ist ja hoch und die Belastung auch. Wie unterstützt ihr euch und wie haltet ihr das aus? Also, auf See trinken wir ja keinen Schnaps. Leider. Ne, oder gut. Na, frissen wir nicht. Nein, also auf See oder während dieser Mission passen wir zu hippiemäßig. Ach jetzt. Nein. Das ist echt richtig hippie Scheiße. Jetzt eigentlich. Wir mögen uns alle. Also, jede einzelne Crew, die auf so einem Schiff unterwegs ist, auf jedem einzelnen Schiff denkt, sie ist die geilste Crew der Welt und hat das geilste Erlebnis, das Geilste Erlebnis. Nein, es ist natürlich, also ich meine, ich weiß nicht, wie man sowas beschreiben soll. Das ist schwer zu beschreiben. Also, du triffst zwischen 10 und 20 Leuten und davon hast du unter Umständen noch niemanden gesehen. Manchmal kennst du drei Viertel, manchmal kennst du vier und dann fährst du da raus und dann hast du da diese Boote und dann hast du da diese Situation. Das ist nicht vergleichbar mit einer Demo hier. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwie einem Plenum hier. Das ist nicht vergleichbar mit einer Puppenwürde. Du hast da Menschen, die bist du da mit dem Tod konfrontiert. Du hast Situationen, wo Boote kentern und Leute sterben. Du hast Situationen, wo du Leute rettest und sie wissen ganz genau, wärst du nicht da, werden sie eine halbe Stunde später gestorben. Du hast da so viele verschiedene, so krasse, intensive, emotionale Situationen. Also ich will nicht hier von wegen, Krulof, hey, geil, das ist alles so. Wir sind nicht die, ein Großteil der Leute, die da rausfahren, sind nicht die, die sich irgendwie geil abfeiern und auf die Schultern klopfen und sich freuen, da rauszufahren. Im Gegenteil, wir heulen jeden Tag, wir sind traurig, wir sind kaputt. Es ist schrecklich, was da draußen passiert. Es geht nicht darum, sich irgendwie zu freuen und zu abfeiern und das geile Crewfeeling irgendwie zu zelebrieren. Und das ist eine der wenigen Sachen, woran wir uns festhalten können. Und natürlich, ich weiß schon wieder nicht, was sie kommt. Du hast aber eine ganze Menge beantwortet. Was? Ich kenne es mal, wie wisse ich. Hier. Haben wir noch was? Ist noch? Willst du noch was, was los wird? Macht alles kaputt, zündet alles an. Revolution. Dem würde ich mich gerne anschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Das war, ja, mein Gott, bevor ich jetzt hippiemäßig drauf und jetzt versuche ich, das kann ich sagen. Nächste Woche, gleicher Tag, gleiche Zeit. Angucken. Wird nicht so lustig, aber spannend. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist eine Freundin da, die die letzten zwei Monate an Bord der Vier war, mit der wir dann quasi so ganz aktuell, wann warst du das letzte Mal? Du machst ja nicht mal Unterschiede zwischen den NGOs, die war auf der Vier. Von welchem Fach ein? Punkt ist dir jetzt auch egal. Selbst dir als Organisator dieser Reihe ist dir egal. Es ist irgendwie, was? Naja, aber das muss halt die alte Leute. Okay, Faden, alte Leute, ja, nächste Mittwoch, 19,30. Drei Faden sind sechs Meter. Hier auf diesem, hier auf diesem Kanal. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Es hat uns gefreut, dass du hier warst. Und, ja, bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.